Herzlich Willkommen zur fünften Einheit des Seminars Einführung in die konservative Revolution. Die fünfte Einheit wird sich einem Thema widmen, das die Beschäftigung mit der konservativen Revolution stark beeinflusst und stark in eine Richtung beeinflusst, nämlich das Verhältnis von konservative Revolution und Nationalsozialismus. Ich habe das jetzt mal Nationalsozialismus als Prüfstein genannt, all dieweil eben zum einen die konservative Revolution ja 1933 geprüft wurde, inwiefern sie sich also dem erfolgreicheren Bruder, kann man sagen, unterwirft. Und zum anderen ist eben heute der Nationalsozialismus der Prüfstein, weil die Tatsache, dass er existiert hat, eben den Blick auf die konservative Revolution verengt. Ich habe das in acht Unterpunkte untergliedert. Ich lese die jetzt nicht vor, sondern ich gehe die gleich direkt durch. Zunächst also zu der Blickverengung durch den Nationalsozialismus. Das liegt natürlich nahe, wenn das Ereignis des 20. Jahrhunderts zwar einerseits der 30-jährige Krieg ist, der 30-jährige Krieg gegen Deutschland von 1914 bis 1945, aber ja die ganze Nachkriegsordnung, in der wir ja größtenteils heute noch leben, eben auf der Niederlage von 1945 fußt. Aber eben nicht nur das, sondern vor allen Dingen eben, und das ist der Unterschied zu 1918, in dem totalen moralischen Bankrott Deutschlands, eben aufgrund der nationalsozialistischen Verbrechen, des verlorenen Krieges, aber eben auch natürlich dadurch, dass Deutschland im Gegensatz zu 1918 ja nicht als Staat überlebte, sondern zunächst zerschlagen wurde in verschiedenen Besatzungszonen, der ja auch für die konservative Revolution so wichtige Osten, das Kernland Preußen, dass das alles abgetrennt wurde von Deutschland und dann eben von Polen und der Sowjetunion verwaltet wurde. All das lässt uns natürlich eine ganz andere Ausgangssituation als 1918 vorfinden, aber eben in der Folge auch, dadurch, dass die Bundesrepublik sich ja eben als ein Gegenentwurf zum Dritten Reich, zum Nationalsozialismus versteht, eben auch eine Blickverengung auf die Geschichte, die davor lag. Also alles, was im Grunde direkt vor dem Nationalsozialismus lag, wird auf einmal aus dieser Perspektive betrachtet. Sie kennen das vermutlich, diesen recht populären Büchern, mir fallen jetzt die Titel nicht ein, aber wo im Grunde die deutsche Geschichte von Hitler an rückwärts gezählt wird und man dann eben schon in früheren Momenten deutscher Staatlichkeit eben Ansätze findet. Der berühmte deutsche Sonderweg ist da ein Stichwort. Es geht dann bis zurück zu Luther, der ja eben schon als Antisemit gewirkt hat und die Deutschen eben auf diesem Sonderweg weitergetrieben hat, bis hin eben dann zu Preußen, was ein direkter Vorläufer des Nationalsozialismus gewesen sein soll und so weiter und so fort. Und das ist ja klar, dass bei den Ideen, die unmittelbar vor der Machtergreifung des Nationalsozialismus waren, eben diese Nähe nochmal ganz anders da ist und natürlich auch ganz anders betont wird. Also je näher man an 1933 rankommt, umso mehr ist natürlich auch Ideengeschichte kontaminiert, so sie nicht in grundsätzlicher Gegenerstellung zum Nationalsozialismus zuvor zu finden ist und je nachdem, wie man das dann ausweitet, kann man also die ganze deutsche Geschichte eben auf diese zwölf Jahre zulaufen sehen. Das ist ein Moment, was die Beschäftigung mit der konservativen Revolution nachhaltig prägt, also die Wahrnehmung der konservativen Revolution als Vorläufer des Nationalsozialismus, als Türöffner, als auch von mir aus, wie das heute auch oft genannt wird, als eine Scharnierfunktion innerhalb der Weimarer Republik zur Machtübernahme von Nationalsozialisten. Armin Mohler stand, als er Mitte der 40er Jahre an seinem Buch über die Konservative Revolution arbeitete, gewissermaßen vor einem ähnlichen Problem, nur dass er damals eben sagte, der Abstand zum Nationalsozialismus ist im Grunde noch zu gering, um hier eine objektive Beurteilung des Ganzen vornehmen zu können. Jetzt sind wir fast 70 Jahre weiter als Mohler damals und es ist, glaube ich, nicht eingetreten, worauf Mohler gehofft hat, dass es also zu einer Art Historisierung des Nationalsozialismus kommt. Im Gegenteil, der Nationalsozialismus, das Dritte Reich, die nationalsozialistischen Verbrechen sind also präsenter als jemals zuvor und vor allen Dingen sind sie eben auch als moralische Kategorien, mit denen Geschichte bewertet wird, präsenter als jemals zuvor. Dennoch ist gleich geblieben, dass die Konservative Revolution und auch der Nationalsozialismus natürlich was miteinander zu tun haben, dass also hier zumindest die Schlagworte die ähnlichen sind und die große Frage ist eben, inwieweit in dieser Schlagwortgleichheit auch so etwas wie eine strukturelle Gleichheit zum Tragen kommt, also inwieweit das Nationalsozialismus und Konservative Revolution also gewissermaßen ein Geschwisterpaar ist, von mir aus aus einem Stamme oder eben auch nicht. Und daraus leitet sich dann eben auch die Frage ab, inwieweit dort eine Verantwortung für das liegt, was dann meinetwegen in den 30er und 40er Jahren passiert ist. Also das ist vermientes Territorium und macht im Grunde die Beschäftigung mit der konservativen Revolution auch so schwierig, eben aufgrund dieser Perspektive. Und ich weiß nicht, wer es schon mal versucht hat, eben auch an der Universität dortzu eine Seminararbeit anzufertigen und ähnliches. Das wird ihm vielleicht noch am ehesten in Philosophie gelingen, wo man sich dann eben doch etwas weniger um vielleicht diese moralische Einordnung bemüht und dann eben doch unvoreingenommen Klassiker wie Ernst Jünger lesen kann. Allerdings, wenn sie es mit geschichtlichen Phänomenen zu tun haben, wird natürlich irgendwo von ihnen immer eine Wertung verlangt werden, die eine Verdammung oder ähnlichem gleichkommt. Also das rein Deskriptive wird man ihnen in der Regel nicht durchgehen lassen. Mola hat die Beziehung von konservativer Revolution und Nationalsozialismus jedenfalls in Teilen mal verglichen mit den Kommunisten und den Trotzkisten oder den Bolschewisten und den Trotzkisten vielmehr. Also den Nationalsozialismus als eine Massenbewegung, eine Partei, die zur Macht gelangt ist und diesen Machterhalt eben im Grunde nur auf zwei Säulen stellen konnte. Zum einen eben die Gefolgschaft zur Massen, aber eben auch die Gefolgschaft der Elite, der Führer, der Intellektuellen und dass eben jeder, der aus dieser Gefolgschaft ausschert, eben als Trotzkist verfolgt gehört. Und wir werden ja sehen im Laufe dieser Einheit, dass also durchaus dieses Phänomen zu beobachten ist. Die Frage ist, inwiefern haben diese Trotzkisten, wenn man sie so bezeichnen möchte, auch den Nationalsozialismus bekämpft. Auch das werden wir behandeln. Aber zunächst vielleicht mal zu dem Punkt, welche praktischen Überschneidungen gibt es denn zwischen Nationalsozialismus und konservativer Revolution? Vielleicht mal so in drei Momenten. Also Hitler, der ja zweifellos der wichtigste, also nicht nur der wichtigste Stichwortgeber, wichtigste Politiker, dann ja auch ab Mitte der 20er Jahre oder ja im Laufe der 20er Jahre dann eben der wichtigste und einzige Führer der nationalsozialistischen Bewegung wird, der war 1921 schon im Uni-Club zu Besuch. Allerdings hatte also Hitler damals durchaus nichts dagegen, den Uni-Club so etwas wie ein Think Tank oder Ähnliches zu behandeln. sah das also recht wohlwollend, wohingegen Möller-Vandenbrück, soweit es überliefert ist, von Hitler jetzt nicht übermäßig begeistert war und dort also schon so etwas wie den Verführer der Massen sozusagen ahnte. Der wichtiger Punkt ist dann nach dem Parteiverbot der NSDAP, nach dem Putsch auf die Feldherrenhalle, die dann die Neugründung 1925 erfolgte, dass dort schon Wert darauf gelegt wurde, dass eine bestimmte Distanz zu wichtigen sozialen Gruppen der konservativen Notion stattfindet. Also zum einen wollte man die Freikorps raushalten oder die ehemaligen Freikorpsleute und zum anderen legte man auch keinen gesteigerten Wert auf freie Radikale, sprich Intellektuelle, die es irgendwie alles besser wissen und sich nicht der Parteidisziplin unterordnen wollen. Ja und das hatte ich schon mehrfach erwähnt, spätestens dann eben seit den Septemberwahlen 1930 war dann klar, dass also hier dieses Feld, so man das eben als gemeinsames Feld bezeichnen möchte, vorwiegend vom Nationalsozialismus beackert wird. Es gibt eine interessante Briefstelle von Ernst Jünger an seinen Bruder Friedrich Georg Jünger aus dem September 1947, in der mal ein Vertreter der konservativen Revolution seinen Blick auf die vergangenen Jahre wirft. Ich lese das mal kurz vor, weil es aus meiner Sicht schon zentral ist und man das in dieser, ja in dieser nüchternen, in diesem nüchternen Abstand relativ selten findet. Es gibt, abgesehen von der Briefstelle, das irgendwo auch in den Tagebüchern, das habe ich jetzt nicht gefunden, aber die Briefstelle ist glaube ich auch noch deutlicher als die Tagebuchstelle. Also Ernst Jünger schreibt an Friedrich Georg Jünger September 1947, die Meinungsbildung der neuen Kräfte in Deutschland von 1918 bis 1933, deren Geschichte noch nicht geschrieben ist, vollzog sich im Wesentlichen in drei Schulen, die man als Berliner, die Hamburger und die Münchner bezeichnen kann. Die Münchner bot ihre Ideen am billigsten aus und musste daher unter den obwaltenden Umständen den Sieg davon tragen. Es ist also klar, dass mit der Münchner Schule das dann mit den Nationalsozialisten gemeint sind. Die Hamburger, zu der ich auch Spengler mit seiner Ablehnung, mit Entschuldigung, mit seiner Anlehnung an das deutsche Volkstum zähle, war die Konservative, während die Berliner mit Nikisch und uns beiden eine Linie verfolgte, die man als die des Widerstandes bezeichnen kann und die politisch gesehen am wenigsten zum Zuge gekommen ist. Ideologisch gesehen ist sie jedoch die einzige, die nach der großen Liquidation noch Bestände aufzuweisen hat. Soweit Ernst Jünger an seinen Bruder. Interessant ist hier zum einen die etwas willkürliche Unterscheidung oder Orientierung an den drei Städten, an Hamburg, Berlin, München. Bei München Nationalsozialismus ist es klar, bei Hamburg orientiert sich es eben an der Zeitschrift Deutsches Volkstum, die damals von Wilhelm Stapel herausgegeben wurde und ja, zumindest eine lange Zeit doch ein zentrales Organ der jungen Konservativen war. Und was Jünger jetzt macht, ist vielleicht den jungen Konservativen nicht ganz so fair gegenüber, dass er jetzt Berlin komplett für die Nationalrevolutionäre, also für sich, seinen Bruder und Nikisch in Beschlag nimmt. Und hier die Linie des Widerstandes bezeichnet. Und wir werden noch darauf kommen, was mit diesem Widerstand gemeint ist. Klar, es gab diesen Widerstandskreis um Ernst Nikisch und die Zeitschrift. Allerdings, was es darüber zu verstehen hat, wird man merken, werden wir noch sehen. Und das zweite, was jetzt, was man natürlich als Eitelkeit einerseits nehmen könnte, andererseits eben vielleicht hat es eben auch was für sich, dass Jünger sagt, also ideologisch gesehen sind wir die einzigen, die noch Bestände aufzuweisen haben. Also weder die Nationalsozialisten, klar, die haben nun abgewirtschaftet, aber auch die jungen Konservativen haben nichts vorzuweisen. Und die Frage wird eben sein, darauf kommen wir dann noch in der sechsten Einheit, inwieweit es dann für die Zeit nach 1945 gilt. Aber wir halten mal fest, drei Schulen, das ist also eine Möglichkeit, die Sache zu betrachten. Wenn wir jetzt schon mal bei Ernst Jünger sind, dann sind wir auch relativ schnell bei Karl Schmitt. Und wir können uns bei anhand dieser beiden Personen vielleicht mal zwei sehr unterschiedliche Wege von Mitgliedern der konservativen Revolution in der Endphase der Weimarer Republik und auch der Anfangsphase bis zum Krieg dann des Weges im Dritten Reich anschauen, wie unterschiedlich das verläuft. Also wir haben bei Karl Schmitt, das ist ja auch mehrfach schon erwähnt worden, eben ein starkes Engagement, publizistisch vor allen Dingen in der ab Mitte der 20er Jahre bis eben dann steigert sich dann ein bisschen die Endphase der Weimarer Republik. Ein Grundtenor dieser Zeit von Schmitt ist die Forderung nach einem totalen Staat, der den schwachen Staat überwindet, der sich dadurch auszeichnet, dass eben hier die Gesellschaft und der Staat sich vermischt haben im schwachen Staat und es eben dazu führt, dass zum einen die politischen Kategorien nicht mehr zählen, also die Freund-Feind-Unterscheidung und zum anderen eben der Staat auch zur Beute der partikularen Gruppen wird. Daher die Forderung nach dem totalen Staat ein sicher etwas missverständlicher Terminus. Wenn man das wohlwollend interpretiert, bedeutet das eben vor allen Dingen, dass man den Bürgerkrieg auf diese Art und Weise beenden möchte. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass also in der Endphase der Weimarer Republik, nachdem die goldenen 20er zu Ende waren, also die politische Polarisierung ja zunehmend wieder dazu führte, dass wir also bürgerkriegsähnliche Zustände haben, dass sich die Bürgerkriegsparteien oder die Parteien als Bürgerkriegsparteien verstanden, sich mit Wehrbünden umgaben und also entsprechend auch die Straße besetzen und beschlagnahmen. Und gegen dieses Chaos versucht im Grunde Karl Schmitt anzuarbeiten, indem er sich als Berater für die Präsidialkabinette zur Verfügung stellt, die eben aufgrund der Macht des Reichspräsidenten eingesetzt wurden und ohne parlamentarische Mehrheit regierten. Und auch wenn Schmitt jetzt von heute aus eben als Totengräber der Weimarer Republik zählt, so wird man in dieser Phase nicht allzu viel dafür finden, sondern einen relativ oder einen recht entschlossenen Juristen, der eben vor allen Dingen eins möchte, eigentlich den Staat retten und den Staat eben retten vor dem Bürgerkrieg. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht und das, was ihm am leichtesten dabei fällt, ist im Grunde die Abschaffung der parlamentarischen Repräsentation oder die Bedeutungsbeschneidung, weil er eben darin vor allen Dingen eben einen Moment des schwachen Staates sieht. Schmidt ist dann einer von denen, die sich dann wirklich schlagartig auf die nationalsozialistische Seite schlagen. Das war jetzt 1932 noch nicht unbedingt zu vermuten. Ja eben gerade auch, weil die Präsidialkabinette ja gegen die nationalsozialistische Mehrheit im Parlament eingesetzt waren, sodass also der Umschlag, den Schmitt dann macht, also seine Mitarbeit, seine Verfügungsstellen für den neuen Staat, seine Mitarbeit an der Gleichschaltung und Ähnlichen für doch einige Zeitgenossen überraschend kam. Unter anderem für seinen, ja, Freund ist zu viel gesagt, aber ebenfalls standen sie im sehr intensiven Briefaustausch, sahen sich oft, Karl Schmidt war auch der Patenonkel vom zweiten Sohn von Ernst Jünger. Also man schätzte sich und Jünger ist dort wesentlich zurückhaltender und warnt Schmidt im Grunde vor diesem Engagement. Und der Tiefpunkt nach heutiger Sicht ist eben damit erreicht, dass Karl Schmidt 1934 dann in seinem Aufsatz Der Führer schützt das Recht die Morde anlässlich des sogenannten Römenputsches vom 30. Juni 1934 rechtfertigt. Das klingt, wenn man diese Überschrift hört, Der Führer schützt das Recht, das klingt wirklich wie ein Verlassen von einer gemeinsamen Grundlage. Allerdings wird man auch hier sicher an Rechnung stellen müssen, dass Schmidt als Jurist ganz anders, als Staatsrechtler ganz anders die Sachen beurteilte, als Jünger, der sich in dieser Phase ja vor allen Dingen als Analytiker verstand. Und Schmidt geht es, das kann man ihm vielleicht zugute halten, auch wenn es an dem Aufsatz sonst nicht viel zu deuteln gibt, geht es natürlich auch darum, für diese Morde Verantwortung zuzuweisen. Also die sind nicht einfach so geschehen, sondern die sind auf die Spitze des Staates zurückzuführen. Und auch wenn die Formel Der Führer schützt das Recht, das etwas ins Positive rückt, am Ende geht es eben darum, einer ist verantwortlich. Und das ist natürlich ein typisch juristischer Kniff. Und das muss man der Sache sicher zugute halten, dass also auch in dieser Phase Schmidt noch versuchte, in den Ausläufern des Bürgerkriegs Chaos sowas wie Ordnung zu stiften. Aber Schmidt kann sich lange, nicht lange des Wohlwollens der Nationalsozialisten erfreuen. 1936 gibt es dann eine Kampagne gegen ihn, aufgrund seiner katholischen Vorlieben, die er zeitweise hatte. Und eben auch aufgrund des Schlagwortes vom totalen Staat, der dann eben auf einmal in einem starken Widerspruch zum Parteienstaat steht. Und wie immer im Nationalsozialismus, das wissen Sie sicher, gibt es ganz verschiedene Mächtegruppen, die miteinander ringen. Und zwischen diesen wird Schmidt dann irgendwie als Bauernopfer zerrieben. Er bleibt zwar Professor bis 1945, aber seine Karriere ist vorbei. Er bleibt natürlich auch publizistisch tätig. Ein kurzer Blick noch auf Ernst Jünger, den haben wir jetzt schon öfter erwähnt. Jünger macht das Gegenteil. In der Endphase der Reimer Oblik nimmt er zunehmend Abstand vom politischen Aktivismus, nimmt sich raus, säubert auch seine Schriften von nationalistischen, nationalistischen, also zu stark nationalistischen Vokabeln und zieht sich im Grunde auf die Position des Analytikers zurück. Das hatten wir schon erwähnt. Also der Arbeiter erscheint, der, den man eben unterschiedlich sehen kann. Einmal als Analyse, aber eben auch vielleicht als eine Programmschrift. Und 1933 dient sich Jünger nicht an, was ihm leicht gefallen wäre, da natürlich er als Autor der Stahlgewitter und als Polymeritträger immer noch einen riesigen Nimbus innerhalb der nationalsozialischen Bewegung hat. Aber er tritt den Rückzug in die Provinz an. Er bleibt publizistisch tätig, natürlich auch unbehelligt. Er entzieht sich geschickt allen Versuchen, ihn in irgendeiner Art und Weise den nationalsozialischen Staat einzuverleiben. Und er publiziert dann 1939 sicher eins der wichtigsten Bücher der sogenannten inneren Immigration, nämlich Auf den Marmorklippen, was eine recht unverholene und auch so verstandene Ansage an den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts sowohl kommunistischer als wie nationalsozialistischer Art und Weise ist. Und gerade weil man sich nicht sicher sein kann, wen meint er jetzt hier, Stalin oder Hitler oder Göring oder wen auch immer, ist es eben klar, auf welcher Seite er steht. Also diese beiden Wege, die kann man ganz gut verfolgen, wenn es jetzt eben darum geht, wie haben sich die einzelnen zur zum Nationalsozialismus gestellt. Und das hat natürlich dann später auch Rückwirkungen auf ihren Einfluss nach 1945. Aber dazu kommen wir dann später. Kommen wir vielleicht zu dem Stichwort Widerstand, was Ernst Jünger ja an seiner Briefstelle schon erwähnt hat. Worauf bezieht sich das? Das bezieht sich auf den Widerstandskreis, der sich um Ernst Nikisch, den wir glaube ich in der letzten Einheit erwähnt haben, gruppierte, der als Organ die Zeitschrift Widerstand hatte, die zwischen 1926 und Dezember 1934 erschien, als sie dann verboten wurde. Und die sich eben vor allen Dingen auch durch die, ja durch das, was man Nationalbolschewismus nennt, auszeichnet. Und also vielleicht muss man da noch eine Sache jetzt einschieben, dass man sich von der Vokabel Widerstand in der Überschrift der Zeitschrift jetzt nicht befleißigt fühlt, irgendwie in Richtung Stauffenberg zu denken, also Widerstand gegen den Nationalsozialismus, sondern hier war explizit schon Widerstand gegen die Werner Republik gemeint, gegen die Verwestlichung und eben also Widerstand letztlich gegen die liberal- kapitalistische Demokratie und mit allen den Implikationen. Also das ist im weitesten Sinne das, was Jünger mit dem Widerstandskreis meint. Dazu gehören auch andere Leute, das muss uns jetzt nicht unbedingt interessieren. Wichtig auch, dass im Widerstandsverlag ja nicht nur die Zeitschrift erschien, sondern auch Bücher, unter anderem von Friedrich Georg Jünger, dem jüngeren Bruder von Ernst Jünger, ein Gedichtband mit dem berühmten Gedicht Der Mohn, was auch eine Absage an den Nationalsozialismus oder als Absage an den Nationalsozialismus verstanden wurde. Interessant auch, dass 1932 hier eine Broschüre erschien, so ungefähr 40 Seiten, die von Ernst Nicke stammte und überschrieben ist, Hitler ein deutsches Verhängnis. Und wenn man sich dieses Heft anguckt, das ist als Reprint erschienen und ich denke, das ist auch zu bekommen, das ist illustriert von Paul Weber. Und die Illustrationen, die kulminieren im Grunde dann in einem Bild, wo die deutschen Massen über einen Hügel geführt werden und dann alle in einen Sarg hineinfallen, der das Hakenkreuz trägt. Und wenn man jetzt dieses mal dann projiziert auf die Zeit 13 Jahre später, also 1945, da könnte man jetzt eben der Meinung sein, dass damit sich jemand prophetisch geäußert hat. Aber auch hier darf man nicht vergessen, dass es eben auch um letztlich Machtkämpfe auf der Rechten ging und dass eben Nikisch und die Gebrüder Jünger, also in dem Fall ja vor allen Dingen Nikisch, eben eine ganz andere Auffassung von den Notwendigkeiten, von den politischen Notwendigkeiten hatten. Und die eben weder eine Anlehnung an österreichische oder faschistische Vorbilder wollten, sondern eben vor allen Dingen das Preußen als Prinzip hoch hielten und die Verständigung oder die Verbrüderung mit dem Osten wollten und dort eben gegen diese, ja, diese antibolschewistische Stellungnahme der Nationalsozialisten polemisierten. Aber das ist sicher interessant insofern, als das ja als Vokabelwiderstand immer mal wieder auftaucht. Wir haben jetzt noch eine weitere Möglichkeit oder eine ganz wichtige Ausdrucksform, die bei 1. Jünger schon anklang, was also die konkrete Möglichkeit betrifft im Nationalsozialismus als jemand, der der konservativen Revolution nahe stand, zu überleben. Und das ist die innere Immigration, die vor allen Dingen die Dichter, ja, gewählt haben. Man darf ja nicht vergessen, dass also die konservative Revolution ja nicht nur eine journalistisch-publizistisch-politische Bewegung war, sondern es auch einige Dichter gab, die man ihnen zurechnen kann. Und ich habe hier jetzt mal vier Beispiele aufgezählt von Dichtern, deren Bücher im Dritten Reich erschienen sind und die vor allen Dingen vom Publikum und nicht nur von den Eingeweihten, sondern im Grunde von fast jedem, als eine Stellungnahme aus konservativer Sicht gegen den Nationalsozialismus verstanden wurde. Das ist in erster Linie oder als erstes Beispiel von Werner Bergengrün, Der Großtyran und das Gericht, 1935 erschienen. Das ist eine Geschichte, die in der Renaissancezeit angesiedelt ist. Also man merkt hier schon, die meisten dieser Bücher spielen nicht in der Gegenwart, sondern nehmen sich eine historische Parabel, um die Gegenwart zu spiegeln. Und hier geht es im Grunde um eine ungebremste Machtausübung, die eben an einem, ja, in einer Art Renaissancestadt spielt und hier eben, ja, anklagt die durch kein Recht eingegrenzte Machtausübung, Herrschaft, Gewaltherrschaft. Bergengrün war damals ein bekannter Name, der also auch in den 20er Jahren viel publiziert hat und auch durch journalistische Arbeiten ganz klar eben in der Konzertinvolution zu verorten war. Ein weiteres Beispiel ist von Jochen Klepper, Der Vater, 1937 erschienen. Klepper ist nun in den 20er Jahren kein Vertreter der Konstantinvolution gewesen, war eine Zeit lang SPD-nah, kommt auch aus dem evangelischen Pfarrhaus, auch daher stark geprägt. Aber sein Buch Der Vater, was eben den Vater Friedrich des Großen, den Soldatenkönig behandelt, ist in der Darstellung eben dieser harten, aber gerechten Herrschaft doch so etwas wie ein, ihm ist so etwas wie ein Muster gelungen, wie Herrschaft zu sein hat. Und Ziel dieser Sache ist natürlich nicht zuletzt auch eben zu zeigen, wie Herrschaft nicht zu sein hat. Und das wurde eben, und deswegen kann man ihn durchaus in diese Immigration der, ja, konservativen Dichter, manche waren halt früher dabei, manche später durchaus mit reinzählen. Also der eben zeigt, wie Herrschaft, auch wie Herrschaft nicht sein soll und dementsprechend auch verstanden wurde und gelesen wurde, vor allen Dingen eben auch der Wehrmacht gelesen wurde. Es gibt ja da die Tagebücher von Jochen Klepper, der ein Jahr in der Wehrmacht diente und dort eben immer wieder auf diesen Vater angesprochen wird, wo es deutlich wird, dass also die innerhalb des Offizierkorps vor allen Dingen, also dieses Buch genau in dem Sinne verstanden wurde. Ein weiteres Beispiel ist Reinhold Schneider mit seinem Buch La Casas vor Karl V. 1938 erschien, was eben im 16. Jahrhundert spielt und sich, ja, am Beispiel der Frage, wie man die Indianer zu behandeln hat, eben mit der Ausgrenzung und Entrechtung der Juden beschäftigt, aber das natürlich unausgesprochen. Letztes Beispiel über die innere Immigration, sicher eins der bekanntesten Bücher in dem Zusammenhang, was obendrein noch den Vorteil hat, dass es sich diesmal nicht um eine historische Erzählung handelt, sondern eine, die fast in der Gegenwart spielt, von Ernst Wichert, Das einfache Leben, 1939 erschienen, wo es ja im Grunde um eine Aussteigergeschichte geht. Jemand, der also spielt nach Ende des Ersten Weltkriegs der Fregattenkapitän Thomas von Orla, hat also keine Lust mehr auf die, sozusagen die ständig zerstiebenden Hoffnungen, dass sich politisch nochmal was ändern wird, hat auch keine Lust auf Geselligkeit und zieht das einfache Leben vor, zieht auf eine Insel im See. Also das ist Kontemplation, Rückzug, im Grunde etwas, was der Nationalsozialismus gar nicht gebrauchen konnte, weil er ja immer wieder auch auf die Zustimmung der Massen, wenn auch jetzt nicht an der Wahl ohne, aber eben doch praktisch an der Front angewiesen war, was er nicht gebrauchen konnte. Aber wir bewegen uns hier schon auf so einer Grenzscheide zwischen, also dem inneren Rückzug, was ja gleichzeitig auch bedeutet, dass man keinen Gegner oder sich nicht als Gegner zu erkennen gibt. Ja, und die große Frage ist immer, welche Schlussfolgerung zieht der Einzelne daraus? Also der Rückzug kann gefährlich sein, kann aber natürlich auch beruhigen. Also ich meine, er kann auch beruhigend wirken für die Situation als solche. Nach der Literatur vielleicht noch einen kurzen Blick zu den Ereignissen, die man für gewöhnlich eben mit der konservativen Modulation und dem Nationalsozialismus in Verbindung bringt. Und das sind als wichtigste der schon erwähnte 30. Juni 1934, der sogenannte Römputsch und der 20. Juni 1944, der Stauffenberg-Attentat. Warum der Römputsch? Der heißt ja nur deswegen Römputsch, weil also die Nationalsozialisten sich behaupteten, dass also Teile von ihnen, nämlich der SA-Führer Röhm mit anderen SA-Leuten gegen die seit dem 30. Januar 1933 regierende Koalition aus Nationalsozialisten und eben bürgerlichen Rechten putschen wollte. Dass der Putsch sich ja vor allen Dingen auch vorwiegend mit, also eine Art zweite Revolution wollte, jetzt die wirkliche soziale Revolution. Das spielt jetzt im Zusammenhang mit der konservativen Revolution keine so große Rolle, aber man nahm eben den Schlag gegen diesen Römputsch eben nicht nur zum Anlass, Röhm und seine vorgeblichen Mitverschwörer zu ermorden, sondern eben auch gleichzeitig in der nationalen Opposition, so wurde sie damals schon genannt, aufzuräumen. Und das bekannteste, was im Vorfeld dazu wahrgenommen wurde, war die Marburger Rede von Franz von Papen, der ja eben diese Tendenzen zum Totalitarismus anprangerte. Und diese Rede wurde von Edgar-Juris Jung, den wir ja noch aus den Einheiten zuvor kennen, verfasst. Und da man Franz von Papen, den Vizekanzler, im Grunde nicht greifen konnte. Oder sagen wir mal, den hatte man unter Hausarrest gestellt, den hat man nicht ermordet. Hat man aber Edgar-Juris Jung ermordet. Genauso mussten eben auch andere Leute aus dem Milieu der konservativen Revolution die Flucht ergreifen. Andere wurden auch ermordet. Der Kapitän Erhard beispielsweise von der Brigade Erhard, der ist erstmal in die Wälder gegangen, weil man ihm also auch nachstellte. Also das ist ganz bewusst auch ein Schlag gegen die nationale Opposition, gegen die konservative Revolution gewesen. Eben vorwiegend gegen, in dem Fall gegen die Jungkonservativen. Und die Nationalrevolutionäre hat man dann eben nach und nach ausgeschaltet. Beispielsweise hat man dann eben Ernst-Nicke ins KZ gesteckt. Es ist sowieso so, dass sich die verschiedenen Gruppen in der Phase 33 und folgende Jahre versuchten oder unterschiedlich orientiert haben. Also den Völkischen sind sicher die meisten oder haben sicher die meisten Illusionen gehabt, was also die Gemeinsamkeiten von Nationalsozialismus und Völkischen betrifft. Also die haben sich da recht stark engagiert, wurden aber eben als völkische Spinner und Spiritisten und so weiter dann auch relativ schnell in die Ecke gestellt, weil im nationalsozialischen Machtstaat andere Prämissen jetzt golden galten, als jetzt irgendwelche Auseinandersetzungen über die rassische Zusammensetzung des deutschen Volkes. Also Hitler hatte kein Interesse daran, die einzelnen Rassebestandteilen, nordisch, dinarisch und so weiter irgendwie gegeneinander auszuspielen, weil das natürlich die Volksgemeinschaft aufgespalten hätte. Also es waren ganz neue Prämissen. Jungkonservative, wie gesagt, Jung, ein heroisches Beispiel für den Versuch, hier nochmal Einfluss zu nehmen. Nationalrevolutionäre hatte ich erwähnt und bei den Bündischen gibt es eben auch unterschiedliche Wege, gibt es Exil und es gibt aber eben auch Leute, die sich vor allen Dingen in der Anfangsphase auch stark in der HJ engagieren und dann erst später, als der HJ stabilisiert ist, ausgeschaltet oder zur Seite gedrängt werden. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt hier bei dem Schlag gegen die nationalen Opposition sind, dass einige dieser Leute, insbesondere aus der ehemaligen Brigade Erhardt, in die Institutionen wie SS, aber auch eben Wehrmacht und so weiter eingesickert sind, dort überlebt haben und dort eben auch neue Netzwerke gegründet haben. Also insbesondere in der Abwehr, die ja dann beim 20. Juli 1944 eine gewisse Rolle spielt, finden wir also viele Parteigänger oder Gefolgsleute von Erhardt. Ein anderes Beispiel, was immer mal wieder auftaucht, ist Friedrich Wilhelm Heinz, einer von den Nationalrevolutionären, der vor allen Dingen eben durch seine Erinnerungsliteratur an die große Zeit Freikorps und innerdeutscher Bürgerkrieg von 1923 bekannt ist, der eben auch dann in der Abwehr überwintert und angeblich eben vielfach versucht, Hitler durch Attentate auszuschalten, inwieweit man seinen Erzählungen da glauben kann, ist umstritten, aber in jedem Fall bleibt er eine wichtige Figur innerhalb des, sagen wir mal, sich irgendwie noch überlebenden konservativ-revolutionären Milieus. Ebenso finden wir dann natürlich auch in der Wehrmacht, die ja von Gottfried Ben, ja auch einen letztlichen Vertreter der konservativen Revolution als Dichter, den Eintritt in die Wehrmacht wurde ja von Ben eben als die aristokratische Form der Immigration bezeichnet. Also viele treten dort ein, einfach um dem Zugriff der anderen parteistaatlichen Stellen entzogen zu sein, um in dem Schutzraum Wehrmacht überleben zu können und nicht zuletzt auch deswegen, weil man sich ja dort bei seinesgleichen wähnte. Dort wird natürlich auch Spengler und George gelesen und wie gesagt auch der Vater, also das findet da alles statt und schließlich das letzte Fanal, kann man sagen, der konservativen Revolution im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist dann eben der 20. Juli 1944. Inwieweit hat das mit der konservativen Revolution zu tun? Nun Stauffenberg, der sicher die wichtigste treibende Kraft dahinter gewesen ist, zumindest hinter diesem Attentat, ist ja als George Jünger bekannt und hat eben auch daher sicher seine ethischen Überzeugungen gehabt, die ihn dann bewogen haben, den Tyrannenmord zu wagen. Jetzt weniger aus meiner Ansicht heraus, um damit irgendwie einen moralischen Punkt zu setzen, sondern eben auch in der Überzeugung, dass der Krieg eventuell oder nur noch so vielleicht zu einem halbwegs guten Ende zu bringen ist, wenn man Hitler beseitigt. Also das sind also diese beiden Ereignisse, diese gewaltsamen Ereignisse. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich das, wenn man das jetzt vom Widerstand spricht. Ich habe es schon kurz angedeutet, welche Wege gab es, also ich habe es schon angedeutet, wo sich die einzelnen Gruppen der konservativen Revolution wiederfanden, aber welche Möglichkeiten gab es ganz praktisch? Natürlich gab es die Immigration, also dass man außer Landes ging, aus politischen Gründen. Das betraf vor allen Dingen die Leute, die sich als Nationalbolschewisten verstanden, aber eben auch Leute, die sich als linke Nationalsozialisten verstanden, also innerhalb der Partei eine Opposition bildeten, wie zum Beispiel Otto Strasser. Das betrifft aber auch ehemalige konservative Politiker, die außer Landes gingen. Andererseits ist es nicht so, dass jetzt jeder linke Nationalsozialist, jeder Nationalkommunist ins Ausland gegangen wäre. Andere Beispiele gibt es eben auch, die dann in die Wehrmacht eingetreten sind und dort relativ unbehellig geblieben sind. Dann gibt es die Immigration eben auch aus rassischen Gründen. Es ist ja so, dass es bei der konservativen Revolution eben auch eine Anzahl von jüdischstämmigen oder Juden gegeben hat, die also die Konservativen Revolution vertreten haben. Und zu denjenigen, die also aufgrund von Abstammungsgründen eben emigrieren mussten. Dazu gehört Rudolf Borchardt, Hans Rothfels, der Historiker, aber eben auch Hans-Joachim Schülps, das ist einer der Jüngsten, die in diesem Zusammenhang gehören, der eben noch 1933 die Idee hatte, dass die Juden als ein eigener Stand im Dritten Reich existieren könnten und dort eben sogar versucht hat, mit den Nationalsozialisten zu verhandeln. Auch der musste dann 1938 schließlich einsehen, dass über diesen Rasse-Antisemitismus eben nicht zu verhandeln war. Andere haben sich zurückgezogen und haben geschwiegen das Dritte Reich über. Zu denen gehören dann Blüher und Friedrich Hildscher. Andere sind natürlich auch übergelaufen. Bekanntes Beispiel ist der Philosoph Bäumler, der als Nietzsche-Forscher recht bekannt ist und der eben dann versucht hat, so etwas wie eine nationalsozialistische Philosophie zu entwerfen und auch ganz stark sich innerhalb der universitären Neuorientierung engagiert hat. Andere sind in Widerstand gegangen, ich hätte das schon erwähnt, in der Wehrmacht, aber eben auch aus der Kirche ist Ähnliches zu vermelden, also insbesondere aus der bekennenden Kirche, beispielsweise Martin Niemöller, der ja eben durchaus als in den 20er Jahren durchaus als Parteigänger der Konstantinvolution gelten kann. Man erinnere sich nur an sein Erinnerungsbuch, also man denke an sein Erinnerungsbuch vom U-Boot zur Kanzel, der also viele, viele Jahre im KZ zubringt. Andere, hatte ich schon erwähnt, innere Immigration, wie zum Beispiel auch die Gebrüder Jünger. Tja, auch Spengler zählt gewissermaßen dazu, der hat noch 1933 Jahre der Entscheidung, eine recht unverholene Abrechnung mit den Illusionen der Nationalsozialisten schreibt, aber dann ja schon 1936 stirbt. Andere landen im KZ, Ernst Niedgesch hatte ich schon erwähnt, aber auch jemand wie Karl Haushofer, der Geopolitiker, trifft dieses Schicksal. Ja, wenn wir jetzt vielleicht zum Ende dieser Einheit nochmal ganz kurz die Fragen stellen, die man mitnehmen sollte und die man natürlich auch zum großen Teil erstmal selbst für sich beantworten muss, da ist ja jetzt nichts in Stein gemeißelt, sondern diese ganze Frage, inwieweit eine Konstantinvolution und Nationalsozialismus, welchen Zusammenhang die haben, das ist natürlich immer noch Gegenstand der Forschung. Und ich hatte es vielleicht schon mal erwähnt, aber findet sich auch in der Literaturliste, das Buch von Rolf-Peter Sieferle über die konservative Revolution. Das klingt im ersten Moment unspektakulär, weil er sich mit fünf Vertretern beschäftigt, aber die Einleitung und die Zusammenfassung sind im Grunde vor allen Dingen der Frage gewidmet, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Nationalsozialismus und konservative Revolution. Also hochinteressant, weil er eben auch hier versucht, einen einen Blickwechsel vorzunehmen. Und dieser Blickwechsel führt dazu, zum einen bei ihm dazu, dass er also Gemeinsamkeiten erkennt. Also er sagt, sowohl Nationalsozialismus als auch konservative Revolution wollten eine andere Moderne. Also die waren jetzt nicht reaktionär oder, ja, nicht reaktionär in dem Sinne, wie das heute oft behauptet wird, sondern diese Bewertung als reaktionär oder als rückwärtsgewandt oder als atavistisch oder wie auch immer, kommt eben daher, dass wir uns entweder der liberalen Perspektive befleißigen, die heute die übliche ist, also die freie Entfaltung des Individuums, die natürlich weder beim Nationalsozialismus noch bei konservativen Revolution eine besonders große Rolle gespielt hat. Und zum anderen die kommunistische Perspektive, aus der der Nationalsozialismus eben als Feind oder beziehungsweise als höchste Stufe des Kapitalismus, beziehungsweise die extremste und aggressivste Form des Kapitalismus wahrgenommen wird. Wenn man aber diese beiden Klappen oder diese beiden Brillen einmal ablegt, wird man eben so siefalle zu der Überzeugung kommen, dass also beide eine andere Moderne wollten. Das führt natürlich zu der Frage, die wir beim letzten Mal behandelt haben, inwieweit ist das noch konservativ? Ja, das denke ich, müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Das Problem, das bleibt allerdings, bleibt, muss man immer im Hinterkopf behalten, konservativ bedeutet im Grunde was anderes, aber immer im Kontext betrachtet, ist sozusagen konservativ eben doch eine Zuordnung, die diesen komplex konservativen Revolution von anderen unterscheidet. Und damit zusammenhängt, taucht natürlich dann auch die Frage auf, inwieweit ist eigentlich der Nationalsozialismus rechts? Weil das, was der Nationalsozialismus wollte, ist ja nichts genuin Konservatives. Also Massenherrschaft, möglichst Gleichheit aller Volksgenossen, ständige Mobilisierung, absoluter technischer Fortschritt, insbesondere ja, was weiß ich, Autobahnbau und ähnliche Dinge. Das ist ja nicht konservativ, nicht rechts, sondern das ist ja sehr modern. Und insofern hat er natürlich die Auffassung viel für sich, dass man das beim Nationalsozialismus, das Wort Sozialismus eben durchaus ernst nehmen sollte, als einen Gegenentwurf zum internationalen Sozialismus. Und viel spricht eben auch dafür, wenn man sich die Äußerungen der Nationalsozialisten, insbesondere Hitlers, anguckt, dass man sich also durchaus nicht als rechts- oder konservativ verstand, sondern als, jetzt nicht dezidiert links-revolutionär, aber als ein Revolutionär, der sich gegen die alten Eliten, gegen konservative Eliten und auch natürlich gegen rechte Auffassungen stellte. Da gibt es ein interessantes Buch von Rainer Titelmann, Hitler selbstverständlich ist eines Revolutionärs, in dem schon deutlich wird, dass also dieser Moment, dieser sozialistische oder auch der revolutionäre, und das revolutionäre Moment, bei Hitler eben eine ganz, ganz starke Triebfeder ist. Aber auch hier wird man natürlich nie zu einer eindeutigen Antwort kommen, weil aus der Gegnerperspektive der Nationalsozialismus natürlich trotzdem was Rechtes bleibt. Und immer auch die Frage natürlich entsteht, gegen wen hat sich der Nationalsozialismus gerichtet? Natürlich vorwiegend auch gegen die Linken, aber eben nicht nur, sondern auch gegen die Rechten. Inwieweit man da jetzt noch ins Detail gehen kann, also es gibt da ja auch Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Protagonisten, die sich dann also insbesondere jetzt auch in der Endphase der Weimarer Republik über diese Fragen austauschen, wo liegen Gemeinsamkeiten und wo liegen Unterschiede. Gemeinsamkeit ist natürlich immer der gemeinsame Feind, die Weimarer Republik, der Versailler Vertrag, die Westorientierung, der Liberalkapitalismus und so weiter. Das bleibt, von Ausnahmen abgesehen, eine Gemeinsamkeit. Aber andererseits ist eben die starke Abneigung auf der Seite der Konstantin Revolution gegen Massenparteien, gegen Massenherrschaft, aber eben auch natürlich gegen die rein funktionale Auffassung des Menschen, gegen die rein funktionale Behandlung von Menschen, sodass man also schon sagen kann, dass hier bei der Konstantin Revolution eben doch so etwas wie noch ein metaphysischer Funke vorhanden ist, der sich dann beim Nationalsozialismus ja legt, der ja auch eine ganz starke Wurzel im Materialismus hat, die sich dann vor allen Dingen ja auch im Rasse-Antisemitismus niederschlägt. Also hier sind viele offene Fragen, die man sicher nicht abschließend beantworten kann, wo man sich immer ganz konkret am Beispiel, um auch anderen, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, mit nicht Unrecht zu tun, orientieren sollte. Und damit komme ich jetzt zum Ende von dieser Einheit. Es gibt einen schönen Satz von Hans-Dietrich Sander, einem rechten Vordenker, wenn man so will, auch wenn er das Wort rechts nicht geliebt hat, einem nationalen Vordenker. Der hat mal geschrieben, dass der Sieg der Alliierten 1945 kein Problem gelöst hat. Und damit wollte er zum einen also auch zum Ausdruck bringen, dass also die Probleme, um die in den 20er Jahren gerungen wurde und ein Lösungsvorschlag, wenn auch ein schlechter war natürlich, der Nationalsozialismus, dass diese Probleme eben noch immer noch existieren. Und das führt uns dann in der letzten Einheit eben zu der Frage, ja, inwieweit, was kann uns die konservative Revolution heute noch sagen?